Es ist wieder mal soweit. Unser Forchheimer Oberbürgermeister Uwe Kirstein zapft gleich das erste Fass von unserem süffigen Forchheimer Festbier an und eröffnet damit das Forchheimer Annafest 2019, das nun elf Tage seine Pforten für Besucher geöffnet hat. Herzlich Willkommen hier in Forchheim. Ich will alle anfangen einen herzlichen Applaus für die Kollegen des Spielanzungsjahren, die hier schon zünftig eingestimmt haben. Dafür ganz herzlichen Dank, dass ihr uns heuer wieder begleitet. Vielen, vielen Dank. Ein großer Applaus an den Jahn-Spielanzungsjahren. Ich will die Gelegenheit gleich nutzen, an der Stelle auch ein paar Ehrengäste zu begrüßen. Allen voran unser Bürgermeister Franz Streit. Mit dem möchte ich anfangen an der Stelle. Eine Institution für das Annafest wie kein anderer. Lieber Franz, schön, dass du da bist. Und dann starten wir gleich mit dem Eigentlichen, weshalb ihr hier vorne steht. Jetzt ist die Stunde gekommen, die Minute. Der Oberbürgermeister macht sich bereit. Der steht spottlich, gestreizt, schuss ist vor dem Pass. Und jetzt schauen wir mal, was passiert, als er aufgeht. Das ist der Volkheimer Annafest, das 179. Es wird Zeit. Eins, zwei, drei, 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 da kann er nicht sein. Ein Roterfist, ein Roterfist, der gewöhnt. Auch ein wundervolles Friedrichs-Annafest 2019. Freibier, tolle Musik, super Stimmung, was will man mehr? Es läuft rund auf unseren Vorheimer Kellerberg. Und am nächsten Tag läuft es auch in der Vorheimer Innenstadt rund. Am Rathausplatz werden wir von unseren Vorheimer Musikvereinen gut unterhalten. Aber auch Gäste aus nah und fern begeistern uns mit ihren besonderen Darbietungen. So auch die Feuerwehr aus unserer Partnerstadt Rofareto, Volksdanzgruppen aus dem Landkreis und als besondere Schmankerl eine Volksdanzgruppe aus Schweden. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste aus nah und fern, liebe Feuerwehrinnen und Feuerwehr, liebe Gäste, ich darf Sie an der Stelle ganz offiziell, ganz herzlich begrüßen. Musik 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 Das war's. Vier Personen bei dem unteren Leiterstück. Immer für Sicherheit. Dieses Jahr ist es halbe. Die richtige Skala Italiana ist bis 10 Meter lang. Zwei Kollegen gehen bis Mitte. Und wir feiern unsere 30 Kugelern in diesem Jahr gleich. Wir machen das ganz gerne für unsere Freunde von Feuerwehr Vorgem und die ganze Volks-Volks-Volkern-State. Das war's. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Wir wollen nun gemeinsam raufziehen, nauf die Keller, wie es schon heißt. Die ersten drei haben schon Stellung genommen. Die Stellung ist sozusagen wie jedes Jahr. Ich darf es nochmal ganz kurz spitzieren. Voran führt uns der Spielmannzug Jan. Dann kommen die Schützen, der Musikverein Forcher in Buckenhofen, die Kameraden und Kameraden der Feuerwehr, die Königin, die Ehrengäste und dann alle, die mitwollen, mit uns rauf die Keller, nauf die Keller. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche uns ein herrliches Anna-Fest und wir haben aller Dorf, schönes Wetter, hoffentlich alles Gute. Dankeschön. Untertitelung. BR 2018 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 Was? Alles drauf? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.